Was ist das absolut Wichtigste, was ich wirklich verinnerlicht habe und ich merke auch, dass Sie das alles verinnerlicht haben, ist dieses komplette Wohlbefinden. Also wirklich, nicht nur hier wird ein Loch gepflegt oder so, sondern der Mensch als Ganzes, das Wohlbefinden als Ganzes, das merkt man und das zieht sich durch die ganze Arbeit hier, durch die ganze Klinik, durch die ganze Freundlichkeit, zieht sich genau diese Leitformen durch. Und so professionell habe ich das noch nie irgendwo erlebt.